Hallo, bonjour und guten Abend! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ja, ich habe gerade Lust irgendwie zu basteln und ich habe hier schon ewig dieses Puzzle liegen. Seit Weihnachten schon. Harry Potter Witherding World. Wir bauen den Bus aus Teil 3. Das Ganze ist von Ravensburger, ein 3D Puzzle. Und das ist für Kinder von 8 bis 99 Jahren und sind 244 Teile. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Und während ich das bastle, lasse ich einfach die Kamera laufen. So, verpackt ist es super. Schon mal voll mit Kindersicherung und so. Das ist eingefohlt. Verstehe ich, weil die wollen natürlich nicht, dass man es rausklaut. Teile oder so. So sind die einzelnen Teile. Ich sehe mich jetzt schon drei Wochen beschäftigt. Gucken wir mal. So. Okay. Es sind 200 irgendwas Teile. Hier sind diese Kanisterdinge. Die stecken ineinander. Das Auto, die Reifen. Naja, die ganzen Teile. Gut, die holen wir uns mal später, würde ich sagen. Weil ich glaube, man muss erst puzzeln. Ja. Man muss erst mal hier puzzeln. So. Und zwar soll man sich das teilnehmen und da drum puzzeln. Naja, dann machen wir das. So. Ja. Jetzt gucke ich jetzt, ob alle Teile da sind. Müsste man ja eigentlich mal machen. Äh. Okay, warte. So. Also, wir brauchen die beiden Deckel hier. Haben wir. Das runde Teil und das da drunter haben wir auch. Die Becher haben wir. Dann brauchen wir hier unten. Vier blaue Dinger haben wir. Zwei so eine Dinger haben wir. Das Teil ist für vorne. Das sind die Räder. Das sind blaue Pinökel. Ach, die kommen mit auf die Räder rauf. Das sind die Lampen für vorne und hinten. Okay. Gut. Teile sind alle da. Also, ihr seht, das kann man auch schnell kontrollieren. So. Die Teile sind in sich nummeriert. Das seht ihr hier. Da ist es erklärt, dass die in sich nummeriert sind. Und man soll dann losbauen. Okay. Dann ist es ja eigentlich ganz einfach. Weil man soll hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und so weiter. Na, ich bin ja hier spannend. Das heißt, die Teile, die wir hier haben. So. Sortiert man nicht. Oh, das ist Plastik. Das ist schon mal gut. Das geht nicht so schnell kaputt. Das finde ich toll. Oh, oh. Ich habe gerade Teil durch den geworfen. Ups. So. Ja. Ich würde sagen, ich sortiere jetzt erstmal nach Nummern. Und ich kann ja nochmal dann direkt reingehen, wenn ich nach Nummern sortiert habe. Ich sortiere jetzt erstmal schnell nach Nummern. Stückío. Klopp 25 Okay ihr Lieben, also ich habe jetzt sortiert und nach dem Sortieren glaube ich ist das ganze Ding doch nicht mehr so schwer, denn mir wird schon als Tipp gegeben, dass die 1 hier reingesteckt werden muss. Hier sind immer so kleine Pinökels, die das dann als Zeichen geben. Und jetzt ist hier so ein Pfeil drauf nach oben, das heißt die 2 muss hier so rangemacht werden. Dann kommt hier der Pfeil mit 2 auch nach oben, das heißt die 3 muss auch oben ran. Hier kommt jetzt ein Pfeil unter der 3 rüber, das heißt die 4 muss hier ran. Die 4 hat den Pfeil nach unten, das heißt die 5 kommt da drunter ran und so weiter. Also ich glaube doch nicht, dass ich hier so ewig dran sitzen werde, nachdem ich es jetzt sortiert habe. Gut, das Sortieren hat jetzt lange gedauert, das waren jetzt fast eine Viertelstunde. Ja, 20 Minuten habe ich jetzt nur am Sortieren gesessen und das hat jetzt halt extrem lange gedauert. Ich sollte vielleicht auch die 6 nehmen und nicht die 9. Aber ich glaube, das Puzzeln an sich wird jetzt recht schnell gehen. Allein aus dem Grund, weil es ist nummeriert. Ich brauche jetzt ja nur noch hier lang Puzzeln. Also es ist wirklich Kinder geeignet. Das kriegt auch jemand Kleines mit 8 Jahren hin. Ich würde sogar sagen, jemand Jüngeres. Aber gut, ich will mich ja immer nicht so weit aus Fenster legen. Ja, und dann macht man das hier fest, drückt man das ran und ich renne jetzt eigentlich nur dem Puzzle so entlang, wie hier die Nummerierung ist. Man könnte es sich jetzt auch schwer machen und natürlich von außen puzzeln, aber hey, wir wollen ja das Produkt testen und die Anleitung so nachbauen, wie es erklärt ist. Und das machen wir jetzt auch. Deswegen bastel ich das jetzt so. Ja, und weil ich gerade nebenbei Serie gucke, werde ich euch jetzt ein bisschen Musik machen. Wer die Musik nicht mag, kann ja einfach seine eigene Musik anmachen. Und ja, ich drücke mal hier die Puzzle an. Also ihr seht, es ist, nachdem ich es jetzt nach Nummern sortiert habe, ja, schon sehr einfach. Aber das freut mich umso mehr. Das heißt, ich kriege das heute fertig. Das ist ja meine große Sorge gewesen, als ich es vorhin überlegt habe zu machen. Da dachte ich, oh nee, da werde ich ewig dran sitzen. Und freue mich jetzt natürlich, wenn ich das doch heute noch fertig kriege. Ja, also, ihr kriegt jetzt Musik. Guckt mal, das war schon die erste Seite vom Bus. Super. Ja, also das geht flott. Ich lege euch Musik ein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier gerade festgestellt, wo ich geguckt habe. Hier sitzen Fred und George. Hier sitzt Neville. Da sitzt Ginny. Draco sitzt auch im Bus. Luna sitzt im Bus. Dobby ist dabei. Also ganz süß gemacht eigentlich. Ja, und jetzt geht es halt nur noch an diese Einzelteile. Die müssen jetzt halt hier zusammengebaut werden. Und ja, da geht es jetzt halt darum, wer kennt sich mit Modellbauautos aus, glaube ich. Weil, ja, wir müssen jetzt hier mal gucken. Also das sind diese Untergestelldinge. Das hier sind die Räder. Das hier sind diese Ploppels von der Räder. Von außen. Ja, das ist von vorne, das Auto. Von hinten die Leuchten. Und das... So, jetzt gucken wir mal. Also das ist... Würde hier durchfallen. Quasi. Also müssen wir weg. Komm, wir bauen jetzt erstmal die Räder zusammen. Also. Die Räder. Das sind diese Dinger hier. Da müssen diese blauen Gedönsels ran. So. So. Na, die rollen richtig. Okay, witzig. Ja, rollt wieder Dinger ja vom Tisch. Na, da habe ich ja 100 Punkte. So. Die sind dran. Jetzt müssen die Gummis drauf. Okay. Machen wir. So. Ist drauf. Wups. Wups. Na, das geht ja doch ganz einfach. Uh, bin ich ja froh. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Modellauto zusammengebaut. Und der dachte auch nicht, dass ich das irgendwann mal tun würde. So. Jetzt kommt hier dieses Gedöns hier. Oder das Gedöns. Gute Frage. Davon habe ich auch nur zwei. Aha. Okay. Hinten kommt das drauf. Und vorne kommen die drauf. Warum sind vorne und hinten unterschiedlich? Mag mir das einer mal beantworten? Mit beweglichen Rädern. Ja. Ja. Das steht auf der Verpackung auf alle Fälle. Schön. Sehr toll. Aber warum ist vorne das dicke und hinten nur so eine dünne Dinger? Hm. Egal. 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 Was ist denn hier hinten und vorne? Night Bustus ist vorne. Weil hier sitzt Luna und guckt hinten raus. Also das vorne rein. Macht man die so rum oder so rum rein? Mit dem Ding nach oben. Also diese glatte Seite kommt nach unten. So. Da ran. Auf klick. Ah, das war es schon. Das hält schon von alleine. Super. Mädels. Nicht streiten jetzt hier. Meine Katzen sind gerade im Zimmer. So. Genau. Haben wir. So. Jetzt können wir ja die Lichter ran machen. So. Hinten kommen die Rücklichter. Die Blinkerle. So. Huch. Ja. Das hier hält noch nicht so. Jans. Das weiß ich noch nicht, wie das halten soll. Aber gut. Wir machen hier erst mal weiter. So. Blinker hinten sind dran. Die finde ich sehen nicht schön aus. Also dafür, dass sie sich beim Bus so eine Mühe gegeben haben. Denn so einen hässlichen Blinker dahin zu klatschen. Mir ist ein bisschen enttäuscht. Aber gut. Dachten sie sich wahrscheinlich auch für 16 Euro. Da können sie nicht mehr verlangen. So. Ups. Halt jetzt falsch rum. Nee. Kommt so rum. Also so richtig halten tut das hier nicht. Finde ich eigentlich irgendwie blöd. Soll das halten, mache ich hier was falsch. Falls ihr diesen Bus auch gebaut habt und ich was falsch mache, schreibt das bitte in die Kommentare. So. Hier haben wir jetzt die Lichtpinöglitz. Hier müssen wir jetzt noch das Frontding zusammenbauen. Kühler. Dann kommt hier der Sticker drauf. Mit dem Kennzeichen und das Licht hier drin. Ist ja süß. Jetzt haben sie extra in 100 Einzelteilen geliefert, damit man das selber zusammenbauen muss. So. So. Auch. Und das kommt hier vorne rin. So. 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 So rum passt schon eher. So rum sieht es auch wie ein Auto von vorne aus. So. Jetzt muss ich das hier nur halten. Tut es natürlich auch nicht. So. Ne. Das hält überhaupt nicht. Also äh. Muss ich das hier mal kurz aus der Kamera nehmen? Ne. Das hält. Also hier. Das hält ja nicht. Nicht mal so ein bisschen. Ich würde sagen, das muss ich ankleben. Wenn ich möchte, dass das hält. Ja. So. Oh. Hinten ist ein Puzzleteil abgegangen. Ja. Die Puzzleteil hier oben in der Ecke ist auch nicht so geil gemacht. Also äh. Da. Die halten nicht so richtig. Da hoffe ich jetzt gleich beim zusammenbauen, dass es besser hält. So. Ja. Also irgendwie. Das hält nicht so richtig so. Wie das so halten soll. Das geht hier ganz doll auseinander. Das finde ich doof. Gut. Wurst. Ähm. Versuchen wir mal hier oben zusammen zu bauen. Das, was vorne ist, soll vorne sein. Das hier dem zu folgen. Und jetzt soll hier diese Teile, sollen das alles zusammendrücken. dann. So. Habe ich. Also diese weißen Pinöke sollen man hier so reinstecken. Ähnlich wie unten im Auto, dass es oben gerade besser hält wie unten. unten hält das ja nicht. Wie ich so feststellen muss. Hier oben das hat jetzt aber ja halten. So. So. Ja. Na ja. Gut. So. Jans. Hier fällt mir das noch nicht. Aber. Ich glaube die haben sich da nicht so einen Kopf drüber gemacht. So. Haben wir. Hier kommen die Boxen da rein. Ups. Und wenn man das als Hinstell nehmen möchte, dann kann man die Boxen auch draußen lassen. Und das Ding zumachen. Wenn man das Ding aber zumachen, dann ist es ein stiller Römmchen. Ich möchte die gerne als Box für meine Stifte nutzen. Dann braucht man diese beiden Dinger aber dann nicht. Aber ich möchte es doch. Ich möchte es als Stiftebox nutzen. Ich muss es nur hier besser ankleben. Also. Mal gucken. Ob das so hält. Aber erstmal ist es echt cool. Und ich habe hier meinen Bus. Ja. Also erstmal gefällt es mir. Stabil ist es noch nicht so richtig. Und das Ding hier fällt, wie gesagt, die Nase von dem Bus fällt andauernd runter. Ich habe noch nicht rausgefunden wie der halten soll. Soll man den dazwischen stecken? Ne. Hält er aber auch nicht. Dann geht er ja auch hier ab. Hm. Das ist ein bisschen komisch. Und Knökels gibt es ja auch nicht, um es von hinten festzumachen. Also. Ja. Fazit. Ist okay. Es ist einfach. Es ist auf alle Fälle für Kinder zwischen 8 und 9 Jahren. Das würde ich jetzt auf alle Fälle bestätigen. Ähm. Er sieht dem Bild ähnlich. Aber man sieht, dass es der Bus ist, wo... Dings ruf. Ja. Wie ist mein Fazit jetzt? Hm. Drei von fünf Sterne. Würde ich jetzt geben. Weil er tut, was er verspricht. Er ist ein 3D Puzzle. Er ist am Ende ein Harry Potter Bus. Aber mir gefällt halt nicht, dass das hier immer abfällt. Also das finde ich blöd. Gerade wenn das Kinder machen sollen. Jetzt muss hier noch jemand mit Sekundenkleber oder irgendwas ran, um das festzumachen. Finde ich halt blöd. So was. Wenn das nicht gleich hält. Mir gefällt auch nicht, dass das hier nicht fest geht. Also das finde ich auch doof. Aber wie gesagt, das kann jetzt natürlich auch an mir liegen. Ich weiß es nicht, dass ich das nicht richtig festgeklemmt habe oder was weiß ich. Aber... Also da müsste ich jetzt mit jemandem sprechen, der das auch schon mal gebastelt hat. Oder der sich mit 3D Puzzles auskennt, ob das normal ist. Ähm... Ja. Aber als lustiges Harry Potter Geschenk oder eben so für meinen Schreibtisch finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt. Ich werde mir jetzt überlegen, was ich damit mache. Ob ich mir den hier hinstelle, weil der doch sehr, sehr groß ist. Ähm... Aber halt cool. Also eigentlich ist er Platz, aber er bewegt sich halt auch. Also das ist wieder cool. Es gibt noch mal einen halben Stern mehr, weil es ist... Der bewegt sich wie nicht. Haha. Das finde ich cool. Ganz kurzer Edit noch. Also wenn man die Pinökels hier unten so richtig rein drückt in die Rillen, dann ist das auch plötzlich fest. Also ich halte es nur hier oben. Ihr seht es gerade. Ähm... Also werde ich meine Pinotung nochmal revidieren. Es gibt 4 Sterne. 4 von 5 Sternen, weil der Bus ist super. Er hält jetzt auch. Ich habe mich nur ein bisschen doof angestellt. Und ähm... Ja. Ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Das Ding hier werde ich jetzt noch ankleben. Ähm... Und dann ist das auch fest. Huch! Das Teil hier. Und... Guckt mal, jetzt hält es auch ein bisschen besser. Weil das jetzt halt hier... Ja. Guckt... Ja. Jetzt hält es ein bisschen besser, weil es halt diese Klemmung drin ist. Aber ist immer noch nicht fest. Also ich werde es trotzdem jetzt ähm... Festkleben. Ja. Weil es immer noch abgeht. Aber es ist jetzt auf alle Fälle besser. Also es ist wirklich so, ihr müsst diese weißen Pinökels dort... Ähm... Die weißen Pinökels? Hallo? So. Da diese Pinökels müsst ihr richtig in die Rillen reindrücken. Und ähm... Ja. Dann funktioniert das auch. Und dann hält der Bus auch zusammen und fällt nicht auseinander. Deswegen jetzt finde ich ihn super. So. Jetzt bin ich begeistert. Also. Schönen Abend euch. Bye!